Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, ja, viele junge Menschen in Deutschland sind politisch aktiv und zivilgesellschaftlich engagiert, ob bei Fridays for Future, in Vereinen und Jugendorganisationen oder auch bei spontanen Aktionen in ihren Schulen und Kommunen. Das ist gut so, denn das ist das Salz in der Demokratie. Das gilt es zu fördern. Als Politik sind wir gefragt, auf allen Ebenen Beteiligung zu ermöglichen und zur Beteiligung zu ermutigen. Denn Demokratie lebt von Demokraten und Demokratinnen, von Menschen, die sich einmischen und die Verantwortung übernehmen. Und damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Das muss man von klein an üben. Darum sage ich auch Ja zu einem Kinderrecht auf Anhörung und Beteiligung im Grundgesetz zu mehr und besserer politischer Bildung zum Jugendcheck für alle Gesetze, zu einem Demokratiefördergesetz und zu vielen Vorschlägen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, die sich in Ihren Anträgen finden. Aber ich möchte auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen und auf einen Aspekt hinweisen, der mir in Ihren Anträgen zu kurz kommt. Ob junge Menschen Beteiligungsangebote wahrnehmen, ob sie sich politisch engagieren und welche Art politische Bildung sie in der Schule erhalten, hängt sehr stark von ihrer sozioökonomischen Herkunft, von ihrem Elternhaus und von der besuchten Schulform ab. Wer hat, dem wird gegeben. So fasst es eine Studie zur Situation des Politikunterrichts an deutschen Schulen zusammen, die die Friedrich-Ebert-Stiftung kürzlich mit der renommierten Berliner Politikdidaktikerin Sabine Aschur veröffentlicht hat. Gymnasien bieten noch relativ viel Politikunterricht. An Mittelschulen ist viel weniger vorgesehen und wird häufig auch noch fachfremd unterrichtet. Das ist nicht gut und schadet auf Dauer der Demokratie. Wer wählt und nicht wählt, das ist nur oft eine Frage des Stadtquartiers. Die Fraktion der Nichtwählenden ist gerade bei jungen Menschen besonders groß. Bei der letzten Bundestagswahl sind trotz einer insgesamt höheren Wahlbeteiligung ein knappes Drittel der unter 24-Jährigen nicht zur Wahl gegangen. Hier müssen wir aktiv werden mit schulischen und außerschulischen Angeboten für die vielen jungen Menschen, die sich momentan überhaupt nicht angesprochen fühlen und für die wir auch kreative Ideen und neue Formate der politischen Bildung brauchen. Nicht nur Geld und Programme sind wichtig. Die Wirksamkeit der politischen Bildung wie auch der Engagementförderung hängen natürlich auch ab vom glaubwürdigen Handeln der beteiligten Akteure in Zivilgesellschaft und Parteien. Und so mancher Vereinsvorstand muss sich auch fragen lassen, ob er nicht so stark an angestaubten Ritualen hängt. Und Politik muss auf der kommunalen Ebene jungen Menschen Raum geben. Und ich bin auch sehr stolz darauf, für die anstehenden Kommunalwahlen in Augsburg viele junge Leute auf der Stadtratsliste auch auf den aussichtsreichen Plätzen zu haben. Aber ich bin gegen eine Jugendquote. Aber wir brauchen eine Kultur in Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die den Jungen und ihren Ideen Raum gibt. Auch wenn sich manche gute Idee natürlich auch in der Konfrontation mit dem Althergebrachten besonders schön entwickeln und schärfen lässt. Das sehen wir jetzt auch wieder bei Fridays for Future. Anbiederung ist nicht gefragt. Ernst nehmen und Raum geben aber schon. Das geschieht jetzt auch. Und Politik bewegt sich und reagiert auf den Protest. Und das ist schon ein ermutigendes Zeichen, auch für die vielen, die glauben, nichts bewirken zu können. Engagement wirkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulrike Bahr. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Gregorius Agelidis.